Das nächste Lied stammt von Sting. Er hat selber darüber gesagt, es ist ganz neu, es ist ganz frisch. Er hat selber darüber gesagt, er hat das Lied nicht oft aufgeführt, deswegen ist es vielleicht nicht so sehr bekannt. Und er hat gedacht, ja, so ist das Lied, da gibt es keine Relevanz mehr dafür, das ist vorbei. Und er hat gesagt, er hat sich getäuscht, jetzt hat er es wieder rausgezogen, wieder neu aufgenommen und er hat, ich will jetzt nicht den ganzen Text zitieren von ihm, nur den letzten Satz, den will ich zitieren, Stop the Wall. Should we respond to our old friends in the rest of the creatures of the Soviets? Mr. Khrushcheff said we will bury you, I don't subscribe to this point of view. How can I save my little boy from Oppenheimer's daddy toy? There is no monopoly of common sense, on other side of the political fence. We share the same biology, we got as a bodyology. What might save us, me and you? I hope the Russians will bet you for me. Na 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020